Willst du das? Ja, das ist die Landluft. Ja, das ist ein typisches Geringverdiener-Mindset. Ich rieche hier Geld. Siehst du diesen Hügel, wo die Kirche steht? Ja. Das ist der perfekte Platz für unseren neuen Windpark. Du kannst doch nicht ein jahrhundertealtes Dorf abreißen nur wegen Profit. Kann ich schon und manchmal muss man die Dinge beim Namen nennen. Sehr richtig. Aber ist doch krank. Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Spaß, die reißen wir auch ab. Aber hier leben doch Menschen. Ja, leider. Noch. Du kannst dir doch nicht einfach alle vertreiben. Na ja, wieso nicht? Ich bin ja gewissermaßen Vertriebsspezialist. Vielleicht finden wir ja aber auch einen Einheimischen, mit dem wir einen Deal machen können. Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Du sag mal, stören dich diese Räder auch so sehr? Ich fühl mich auch schon ganz geredet. Der Alltag wächst einen wirklich auch über den Kopf. Nee, ich mein doch die Windräder. Ach, die lauten Dinger. Hör mal bloß auf damit so. Die machen auch die ganzen Vögel kaputt, die hier rumfliegen. Das ist Artensterben. Und in sich versperren die hässlichen Teile uns auch noch. Also, sie bieten schon durchaus eine wunderbare Aussicht. Zum Beispiel auf eine fette Rendite. Huuu! Was willst du denn? Was, 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 was? Nun ja, ich bin am überlegen, wo ich meinen nächsten Windpark baue. Und ich dachte vielleicht genau hier auf eurem Grundstück. Nix, Dominion. Zwischen uns kommt nix. Erst recht nicht so ne komische Windmühle. Ah ja, auch nicht für eine nicht unerhebliche Gewinnbeteiligung. Dann müssen sie zu den Nörgels gehen. Die sind käuflich. Nun gut, dann werde ich mich noch ein wenig umsehen, bevor ich nach München zurückfliege. Sie sind? Helga. Ich bin Marianne. Helga und Marianne, was für reizende Namen. Sie hören von mir. Schreiben sie uns mal aus München? Ja, sie bekommen Post von meinem Anwalt. Von seinem Anwalt? Äh, ja. Wo sind wir denn hier gelandet? Hier ist es ja dreckerter als die Methoden, mit denen ich mein Geld verdiene. Oh Gott! Sandro, halt mir dieses Vieh vom Leib! Äh, brr, Sitz! Ich bin nur zur Hälfte ein Pferd. Zur anderen Hälfte will ich Mareike. Ah ja, sehr gut, Wendy. Dann bin ich aber Simba. Der Vater hat nämlich gesagt, soweit das Auge reicht, wird alles mal mir gehören, wenn ich geerbt habe. Sie stehen aber vor meiner Koppel. Ach, du meinst sicherlich die Koppel deiner Eltern. Sind das die Nörgels? Nein, die wohnen im Schloss. Ich wohne hier mit Feuerherz und Moonlight. Harry Potter hat mich nie interessiert. Nein, das sind meine Pferdefreunde. Ach so, deine Pferdefreunde. Sandro, wir müssen los. Warte, mein Lieblingspferd ist übrigens der Afflinger. Ah ja, und meins der Maibach mit 500 PS. Sandro, in den Maibach. Schnell! Hilfe! Hilfe! Das ist also das Anwesen der Reichen hier. Was soll ich sagen? Mein Schloss ist anwesentlich größer. Nicht mal ein Heli-Landeplatz. Etwas cringe, Brudi. Also die Inflation muss ja die Mittelschicht ganz schön getroffen haben, wenn die sich nur noch ein Schlösschen leisten können. Jaja, die können einem schon leid tun, wenn sie nicht so stinken würden. Aber bitte denken Sie nichts Falsches. Das ist nur mein Zweitschloss. Das richtige Geschenk von mir. Ja, man kommt erst noch. Übergangsweise. So, so. Ja. Wenn ich Mäuseprobleme habe, rufe ich meinen Finanzberater. Ich sag ja auch immer lieber Mäuse als Kinder. Oh, dann müssen wir in unseren Fabriken wohl umstellen auf Mäusearbeiten. Lass uns doch gerne aufs Sofa. Bitte. Natürlich. Mein Mann und ich haben uns schon vor Jahren Anteile an diesem Dorf gesichert. Mit der großartigen Idee, es irgendwann abzureißen. Es gibt nämlich viele Braunkohlevorkommen hier unten. Nun kam aber die Politik dazwischen mit ihrem komischen Klimaschutz. Eine Sache verstehe ich allerdings nicht. Wieso kauft man sich nur ein Schlösschen, wenn man sich das ganze Dorf lassen könnte? Ja. Mittlerweile haben wir diesen Ort aber doch irgendwie, irgendwie lieb gewonnen. Ach wirklich? Bis auf die stinkenden Kinder. Das kann man hier nicht ändern. Aber ansonsten, was soll ich sagen? Es ist ein wundervolles Fleckchen. Ja, gut. Also, Frau Nörgli. Sagen Sie Susanne. 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 Ich denke, es ist Zeit zum geschäftlichen zu kommen. Ich wusste es. Sie sind dafür verantwortlich. Ja, jetzt wo ich dich, Susanne, kennengelernt habe, muss ich ja fast sagen, leider nicht. Ach nun seien Sie mal nicht so bescheiden. Ich finde es großartig, dass Sie hier ein Hotel bauen wollen. Hotel? Ja, ich habe davon gehört. Sie sind wirklich ein Segen für unser Dorf. Wie kann ich mich da nur revanchieren? Nun ja, eigentlich wollten wir das Dorf. Na nun seien Sie mal nicht so bescheiden. Erst die Arbeit, dann das vergnügt. Oh, ja gut. Wenn das so ist, Sandro, fahr doch den Wagen vor. Ja, und zwar schnell, bevor mein Mann nach Hause kommt. Welchen Wagen? Schusch, Sandro, schusch. Und danach kommst du aber wieder, du geiler Bock. Und jetzt nimm ich Maxi. Was? Also ich hätte nicht gedacht, dass es in solch einer Provinz auch zivilisierte Menschen wie die Susanne gibt. Das hat mein Herz ein wenig erweicht und ich habe mich daher entschieden, das Nachbardorf dem Erdboden gleich zu machen. Oh, Manni! Es gibt immer eine Lösung. Schauts nochmal schnell beim Torge vorbei, bevor sein Haus auch abgerissen wird. Oder hier bei diesen Bauern. Zurück nach München. Servus! Was? 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 Was?